Hallo, wir sind die Familie Bauer und wir sind heute hier im Frühlingscenter. Wir werden uns heute für ein paar Frühlingsoutfits umschauen, für mich. Und meine Männer gehen dabei zum Media Markt und werden die neueste Technik ausprobieren. Und danach werden wir für Martin eine Jacke für den Frühlings suchen. Und wir sammeln auch noch ein paar ganz tolle Sachen. Wir freuen uns schon. Los geht's! Ja, ich habe jetzt ganz tolle Sachen gekauft für den Frühling. Und bevor ich jetzt Schuhe und Accessoire holen werde, kriegen jetzt meine Männer ihre Sachen. Beziehungsweise Martin bekommt jetzt mal eine tolle Frühlingsjacke. Die werden wir jetzt mal suchen gehen. Ja. Auf geht's! Okay. Hey, schau Dini. Da gibt's die Erdkommunions-Mode für nächstes Jahr. Hä, Samuel? Da können wir einen Anzug schauen für dich. Oh, da gibt's ja ganz herzige Sachen für die Mädchen. Oh, schau mal zu! Schau dich doch mal an! Da der Samuel jetzt im Herbst in die Schule kommt, schauen wir uns gleich ein paar Schultaschen an. Genau. Als Inspiration für den Osterhasen. Ja, es geht auch nichts über Details. Und deshalb gehen wir jetzt Schmuck- und Lasses-Fast kaufen. Ja, cool. Die beiden haben sich jetzt eine Fosse verdient. So, wir haben alles besorgt. Es hat super Spaß gemacht. Der Frühling kann kommen. Und das ist ein Wachstum, Säge, und dann abschlafen. So, wir haben alle. Das ist ein Wachstum. So, das ist ein Wachstum. Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017